Liebe Bad Homburgerinnen, liebe Bad Homburger, im vergangenen Jahr haben wir den 250. Geburtstag von Friedrich Hölderlin gefeiert. Aufgrund bestimmter Umstände, auf die ich wohl nicht näher eingehen muss, konnten wir leider nicht alle Programmpunkte so umsetzen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Zwar konnten einige Veranstaltungen stattfinden, andere allerdings mussten abgesagt, wieder andere verschoben werden. Und so kommt es, dass wir hier in Bad Homburg des Dichters 250. Geburtstag auch in diesem Jahr weiter feiern. Das freut mich sehr, denn Friedrich Hölderlin ist für unsere Stadt von herausragender Bedeutung. In seinem bewegten Leben verbrachte der Dichterfürst vier sehr prägende Jahre in der Residenzstadt Homburg. Beide Aufenthalte in Homburg vor der Höhe von 1798 bis 1800 und von 1804 bis 1806 waren auf ganz unterschiedliche Weise wichtige Perioden in seinem Leben und Werk. Hölderlin verlebte hier Phasen der Freude im Denken und Phasen der Verzweiflung. Der Hölderlin-Pfad, das Denkmal im Kurpark, die Bibliothek im Landgrafenschloss, wo Hölderlin als Bibliothekar angestellt war und natürlich die Villa Wertheimer im Gustavsgarten, die zukünftig als Zentrum der Hölderlin-Forschung in Bad Homburg dienen wird. In Bad Homburg entdeckt man auch heute noch an vielen Orten die Spuren des Dichters. Und wenn Sie Hölderlin im wahrsten Sinne auf der Spur sein wollen, empfehle ich Ihnen unsere Hölderlin-App. Heute möchte ich Ihnen ein ganz besonderes Projekt zum Hölderlin-Jubiläum vorstellen. Junge Künstlerinnen und Künstler verschiedener Disziplinen der Hochschule für Gestaltung in Offenbach interpretieren das Leben und Wirken Hölderlins im Hier und Jetzt neu. Entstanden ist die Installationenausstellung O. Johann Christian Friedrich Hölderlin. Der Ausruf O. taucht sehr häufig in Hölderlins Schriften auf und kann sowohl Ausdruck von Freude oder Erstaunen als auch von Wehklagen sein. Die Studierenden haben diesen Ausruf in das Zentrum ihrer Kunstinstallationen gestellt und so ihren ganz individuellen Zugang zu Hölderlins Werk und seiner Wirkung auf die heutige Zeit gefunden. An sechs Stationen im Stadtgebiet begegnet man dem Dichter auf unterschiedlichste Weise und unter freiem Himmel Corona-konform. Und wie Hölderlins Werk selbst erschließt sich der Zugang oft nicht auf den ersten Blick. Man muss ihn entdecken, aufdecken und sich erarbeiten, diesen Hölderlin. Die Installationen finden sich im Gustavsgarten und am rotischen Haus und können von heute an besucht und bestaunt werden. Zudem sind spontane Performances geplant. Viele weitere Informationen zur Ausstellung selbst, den einzelnen Installationen sowie deren Standort finden Sie auf unserer Homepage und einem eigens entworfenen Flyer, der unter anderem an der Infothek im Rathaus ausliegt. Ich freue mich sehr auf dieses außergewöhnliche Kunstprojekt. Mein Dank gilt den Studierenden der Hochschule, den beteiligten Dozenten und dem Präsidenten der HFG, Professor Bernd Kracke, für die tolle Zusammenarbeit. Den Besucherinnen und Besuchern wünsche ich spannende Momente beim Entdecken der Installation. Und wer weiß, vielleicht begegnen Sie auf Ihrer Spurensuche ja auch dem ein oder anderen Zeitgenossen von Friedrich Hölderlin.